Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr werdet sehen, wer dahinter steckt, so sehr ihr ist auf Ort Wir sind keine Bots Guten Tag, wir sind das Internet Ihr werdet sehen, wer dahinter steckt, so sehr ihr ist auf Ort Wir sind keine Bots Wir sind keine Bots Wir sind keine Bots So sehr ihr ist auf Ort Wir sind keine Bots Wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind keine Bots. Wahnsinnig, dass die großen Konzerne einfach selbstverständlich ein Urheberrecht bekommen, das sie immer gewollt haben. Das bedeutet tatsächlich für die, die wirklich Urheber sind, die sind am Arsch. Und die keine Urheber sind, nämlich die Konzerne nicht. Das kann man jetzt gut finden und wenn es nicht findet, da war ein Innenminister, der für das Internet verantwortlich ist. Und der schon in den 80er Jahren im Internet gesorgt hat, hat es noch keinen Gaben. Jetzt zieht der Zug los, jetzt legt sich das Ganze in Bewegung. Jetzt geht es los. Nie wieder CDU, nie wieder CDU, nie wieder SPD. Wieder CDU, nie wieder CDU. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Sitzung von Volk Spitzung von Volk Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Da kommt die nächste Straßenbahn, die muss auch stehen bleiben. Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Die mehr CDU! Save your Internet! Save your Internet! Save your Internet! Save your Internet! Und was meint ihr, wie viele sind das? 500? 600? 800? Sehr Wahnsinn! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Freimann und die Freiheit laut! Wir sind hier! Wir sind laut! Freimann und die Freiheit laut! Das Schweine laut laut laut! An rechts effektiv Sinn übern видео! Die mehr CDU, die mehr CDU, die mehr CDU, die mehr CDU! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Pots! Wir sind keine Pots! Wir sind keine Pots! Stopp! Auf der Autobahnen! Aus der einen Seite. Feier uns die Feier als Kost! Wir sind kein Pots! Once their inboxes. Bots von manipulierten Jugendlichen und Kindern, die keine eigene Meinung haben. Das sind wir nicht. So siehts aus. Starke Bilder hier in Lindberg. Wir fern CDU! Wir fern CDU! Wir fern CDU! Ich muss mal die anderen schreien lassen. Wir sind ja primär CDU. Der ist gut. Der war gut. Mit seiner Hupa. Geile Sache. Sind wir hier ganz hinten? Ja, wir sind hier ganz hinten. Da hinten fährt das Polizei Auto. Wir müssen mal ein bisschen... Wir können ja mal ganz zulegen. Halben? Ja. Oder vielleicht auch ganz. Damit wir hier mal nach vorne kommen in die Menge. Ja, wir sind mal jemand. Mit dem habe ich mich gerade schon ein bisschen unterhalten. Ja. Ja. Du steamst oder? Bitte? Du steamst oder du filmst oder? Auf Twitch, ja? Sehr gut. Auf Twitch. Wo findet man dich? Bist du zu spät, wie gesagt? Viele Zuschauer oder? Davon hatte ich 10, jetzt habe ich 3. auch. Ja. Geht. Geht. Ja. Bin nicht ein Newstime. Ich auch nicht. Oder Feedsmeet. Da wären es dann gleich schon. Ich auch nicht. Wichtig ist, dass man das dabei und zeigt die ganzen Sachen auch. Ja. Das ist halt. Wichtig ist, dass man das zeigt. Deshalb filme ich das gerade hier. Mach da nachher ein Highlights-Video draus. Wenn es keine Dokumentation gibt, dann... Ja, also... Oh, ich bin rot wahrscheinlich, oder? Ich bin gerannt die ganze Zeit. Ja. Von vor. Ich bin komplett verschwitzt hier. Auf der Demo lernt man auch Leute kennen. Ich weiß nur den Herrn, die haben die Kamera. Ich weiß den Namen, der nicht? Zwergenfürst. Das ist mein YouTube-Name. Ach so. Okay. Zwergenfürst LP. Bin der Lars? Ja. Let's Player. Ich komme normalerweise nicht so raus. Du kommst nicht so raus? Du holst dich ja viel auf der Straße. Kommt man nicht raus auf die Straße. Das ist ein bisschen... Ja, ist... Das ist man auch nicht mehr so fit. Aber nur Let's Plays macht sonst. Wirst du nach Berlin auch fahren, oder? Ich fahre nach Berlin. Ich bin am 23. Ritten in Berlin und... Du wirst da auch Stimmung machen. Wir werden ein bisschen Stimmung machen. Du musst ja aufpassen. Ich filme vor allem ein bisschen. Also das ist eher so mein Ding. Ich hab hier so... Das Schreien muss ich hier ein bisschen den anderen überlassen. Und da... Und da jetzt schon außer Atem. Ich hab hier ein bisschen lang getestet. Aber... Nur leicht. In Berlin muss man ein bisschen lauter sein. Muss man ein bisschen lauter werden. Aber... Ja. Jetzt gab's ja noch keinen Stress. Ja, Stress mit uns sowieso nicht. Mit uns nicht? Nein. Nee. Nur mir gibt's hier einen Stress. Aber gibt's erstmal auch so andere Leute, die dann dazustoßen? Friedlichkeit ist... Also... Friedlich, aber laut. Das ist wichtig. Heute wird hier... Friedlich demonstriert. Wie gesagt, die Polizei... Hält sich zurück. Ist auch freundlich. Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! Wir sind keine Bots! So. Hier geht's am Hass einfach... ...rumrum. Da kommen sie. Und da gehen sie einfach rum. Ja, den Weg erst gleich will jetzt mal. Da muss es nicht lang gehen. Hier ist keine Bots! Hier ist keine Bots! Hier ist keine Bots! Hier ist keine Bots! Die Straßenbahn muss stehen bleiben. Da kommt die Polizei. Ja, meine erste Demo hier. Wahnsinn! Das ist ja Frauen zum Kinderwagen. Sehr gut! Ich bin sauer, dass ich am Samstag aufgestanden bin. Naja... Da muss ich sehr sauer sein, um überhaupt aufzustehen und aus der Bode rauszukommen am Samstag. Ich versuch mal gerade hier wieder ein bisschen nach vorne zu kommen, das ist Bewegung heute hier, so viel gerannt und so viel gelaufen, da sind die Leute, da geht es jetzt scheinbar zum Landtag, am Dom vorbei zum Landtag. Holy moly, bin ich ausratet, ich werde mich die nächsten Tage aussuchen, um 23 Uhr fit zu sein für die Dämon Berlin. Jetzt versammeln wir uns hier auf dem Platz vom Landstag, da ist der Dom zum Achterburg. So, wir kommen jetzt zu unserer Kundgebung, ursprünglich war ja angedacht am Hasselbach-Platz, aber wir sind einfach so viele, dass wir da keinen Platz hatten. Juhu, ganz geil. Wir sind viele, wir sind laut. Das ist krass. Und zuvor wir mit einigen Reden von auch Politikern, aber doch nicht nur Politikern anfangen, wollen wir uns ganz, ganz toll bedanken, bei der einen, die die super Idee hatte, diese Demo hier zu machen. Eva Maria Schnee. Juhu. Auch in der Politik manchmal so die Frage, wer da wirklich glaubwürdig ist. Wir haben die Situation, dass der Vorsitzende der konservativen Fraktion, Manfred Weber, Spitzenkandidat der CDU-CSU, die Abstimmung nach vorne zu ziehen, um die Protesten hier zu laufen zu lassen. Er ist mit diesem Plan gescheitert, aber man merkt, was er für ein Demokratieverständnis hat. Schnell Artikel 13 durchziehen, bevor die Proteste laufen. Das muss gestoppt werden. Deswegen stoppt die Zensur. 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 Und die ihr böseligen Beladen seid, wisst ihr jetzt auch, ihr könnt nicht mal mehr abladen. Das ist auch verboten. Und da geht mir selber was tun, das wisst ihr selber. Es ist eine Freude überzureichen. Und so hat zu einem Europaabgeordneten, der heute hier ist, ersprechen Wort. Arne Lietz von der SPD. Ich freue mich, dass er da ist. Und Arne, hier ist das Mikrofon. Ich reize fest hier das Ding. Ich bin stolz auf euch, dass ihr hier seid. Und habt ihr gesagt, es sind wohl Bots. Ich treffe ihn gleich beim Mitteldeutschen Rundbuch hier um die Ecke. Kann ich mal hören. Seid ihr Bots, nur seid ihr Menschen. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Deswegen sind wir gegen Artikel 13. Deswegen werden wir neben der Demo heute auch am 23.3. erneut demonstrieren. Denn Europa ist die Antwort. Das müssen wir gemeinsam machen. Hier haben wir eine breite Solidarität mit der europäischen Staaten. Und was wichtig ist, ist, dass wir klar machen, dass wir viel Artikel 13 nicht mittragen. Und deswegen gehen wir auch wählen. Wir zeigen es über die Parteien. Und wir können die SPD wählen, wenn wir dagegen sind. Und von daher helfen uns, diesen Koalitionsvertrag mit durchzubringen. So, es wird gleich losgehen. Die Partei vorne sehe ich wählen. Bitte hinterher aufschließen. Es geht Richtung Altamarkt. Meine Kamera geht gleich alle. Ich sage jetzt hier schon mal, wir sehen uns am 23.3. auf der Demo in Berlin. Ja, kommt am 23.3. nach Berlin. Da könnt ihr mich sehen und könnt damit demonstrieren gegen Artikel 13. Seid laut. Und, ja, friedlich und laut. Na dann. Nie wieder CDU. So sieht es aus. Sehr gut. Der kennt mich mittlerweile. Versuch mal hier auf dem Handy ein bisschen weiter zu filmen. Ich muss jetzt hier in Berlin dringend eine Powerbank kaufen. Das ist ja auch. Und, ja, direkt kommt! Für ein freies Internet! Für ein freies Internet! Für ein freies Internet! Für ein freies Internet! Eine für uns, ja. Etwas offen auf der Stirn zu stehen. FCK-Artikel 13! FCK-Artikel 13! 3-3 Internet! Auf den Handys ist es auch genug! Ja! Eigentlich 500 bis 700 Menschen aufgekreuzt und so rund 1.700 Auftrag. 1.000? 1.700? Boah! Wir haben am Anfang 500 bis 600 Worte gesagt am Hauptbahnhof. Ist noch welche dazugekommen wahrscheinlich. Sehr gut! So viele Leute in Magdeburg! Das ist geil! Wie darf ich sie nennen? Zwergmeister? Zwergfürst! Zwergfürst! Kannst du mir auch Zwergi nennen? Zwergfürst! 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 Hof deploying workouts Gen UV Das ist ja nicht! Bei der Demo gehts ja darum das zu verbreiten, egal wie viel das sehen wir haben. Und nicht das mir darum gehen würde, aber ich hab auch ein paar Videos zu Artikel 13 gemacht! und die haben verdammt viel Reichweite bekommen. Also vergleichsweise viel für meinen Kanal. Also die haben durchschnittlich viel. Das ist halt, weil es auch ein emotionales und ein gutes Thema ist, was die Leute auch interessiert. Wer ist du? Dolo, also großes G, großes O, großes E und dann eine Moll. Das merke ich mir niemals, aber gut. Wir sind hier! Wir sind laut! Weiter kommt die Freiheit laut! Acht Minuten dauert es vom Landtag bis hierher. Glaube ich nicht. Aber da vorne sind schon mehrere. Nicht mehr CDU! Nicht mehr CDU! Nicht mehr CDU! Nicht mehr CDU! Ganz viele Demonstranten. Ich will das nicht erklären. Gerade weil ihr damit groß geworden seid. Weil ihr wisst wie Netz ist. Und wir, die alte Tech ist, weil dies war eine netzlose Zeit gehabt. Und wir haben gesagt, am besten, falls beim Angeln hat man Netz dabei. Oder ein Einkaufsfest. Und das ist es dann. Und wenn die immer noch Neuland dazu sagen, dann wisst ihr einfach, wie ihr eigentlich sein müsst. Deutschland bleibt hier muss geben auch in Magdeburg. Ja! 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 Also, ab 23. sehen wir uns hoffentlich doch. Du Großteil wieder. 13 Uhr. Vor dem Landtag. Ja! 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 Wir sind die Loser. Wir sind die Loser. Sie sind die Loser. Wir sind die Loser. Die sind die Loser. Wir sind hier, wir sind laut, bei uns, bei uns, bei uns! Das Internet muss frei bleiben! Sie sind laut gegen das Internet! Lass uns laut gegen das Internet sein! Bis 17 Uhr ist noch Zeit, ihr dürft gern noch hierbleiben und vielleicht die ein oder andere Unterstützung zu uns ergeben hier unten. Ihr dürft aber auch Mittagessen gehen oder nach Hause zurück ins Internet und die Bilder von heute teilen, solange das noch geht! Stopp die Zeitur! Stopp die Zeitur! Ohne Plan haltet fest, an ner Welt wie vor zig hundert Jahren Wir sind frisch, ganz genau wie am Morgen der Kaffee Doch wir lassen uns nicht filtern, unsere Sorgen sind konkret Ah, ihr wollt Zensur, unsere Worte bleiben stehen Wir sind viele, ihr könnt niemals diese Horde übersehen Wie Familie, stehen wir zusammen, wenn was passiert Internetmenschen, digital sozialisiert, hört gut zu Die Stimme des Volkes, sie ist nun hier Denn ich treibe, zerschöne das freie Internet, nee, das seid ihr Guten Tag, wir sind das Internet Ihr werdet sehen, wer dahinter steckt So sehr ihr ist sofort Wir sind keine Box